Die Nachfrage auf unserem Planeten war größer als das Angebot. Daher verließen wir sogar unsere Atmosphäre. Die neue Grenze bot die Chance auf einen Neuanfang. Doch die Distanz ermöglichte neue Fraktionen ohne jegliche Verbindung zu unserer Heimat. Neue Regeln, neue Ziele, ein neuer Feind. Die SDF formierte eine Armee und hat sich gewaltsam und auf grausame Weise von der Erde losgerissen. Sie sind keine Revolutionäre. Sie wollen die absolute Macht. Sie überfallen Kolonien, stehlen Ressourcen und kontrollieren Gebiete mit Gewalt. Sie versperren uns mit ihrer Flotte den Zugang zu Rohstoffen, die wir brauchen. Sie wollen alles vernichten, was von der Erde stammt. Heute ist die SDF eine Kriegsmaschine, vom Militär beherrscht. Wenn ein Anführer dieser Kraft bündeln würde, würden sie angreifen und versuchen, uns unsere Heimat zu nehmen. Warlord, hier ist Gar 1. Bereit für Instruktionen. Verstanden, 1-1. Unsere Waffeneinrichtung wird von der SDF angegriffen. Wir glauben, das ist Teil einer Operation mit Codenamen REA. Der Aufklärung zufolge ist das Ziel einer Prototypwaffe. Ihr Team wird unseren Prototyp extrahieren und dort alles abwackeln, bevor die SDF ihn findet. Verstanden, Warlord. Wir erledigen das. Eine Minute. Verbündete? Die Anlage ist dunkel. Wir holen unsere Waffe und fackeln alles ab. Ausrüstung überprüfen. UMA-Systeme online. Einsatz regeln? Feuer frei. Können raus. Zehn Sekunden. Tür! Grünes Licht, Ska. Ins grünes Licht. Los geht's, Wolf! Los! Los, los! Zusammenbleiben! Zwei! 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 Beberflächentemperatur minus 300, wir müssen uns sputen! Reaper, Scarce sind jetzt unten. Verstanden, eins, eins, vertikaler Sprung nördlich ihrer Position! Verstanden. Erfasse zwei Ziele unten. Ab nach unten und ausschalten. Schatz, vorangehen. Reaper, gehen zur Waffenkammer. Bestätigt. Schnell zur Waffe, bevor sie sie erreichen. Selbst vorangehen. Reaper, gehen zur Waffenkammer. Bestätigt. Schnell zur Waffe, bevor sie sie erreichen. Er ist erledigt. Der Einstiegspunkt ist 30 Meter direkt voraus. Bewegung. Reaper, der Einstiegspunkt ist direkt voraus. Bestätigt. Achtung, die SDF ist fast drin. Stand halten. Wächter auf dem Dach. Ruf, du nimmst einen wie die anderen. Du nimmst den Waffen. Versuch's. Los! Versuch's. 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 Vorrücken. Vorsicht, Abgrund. Wir haben sie gerade hingerichtet. Die SDF will Waffen, keine Gefangenen. Die Verschwinde, Durchzug, alle beides. Der Schatten, auf der Schnitt. Was erwartet, bevor wir die Abtickern? Die Korinne, Kommande, alles vorfährt. Mehrere Ziele. Merfelsucher! Verstanden. Rechts gesichert. Ausschwärmen. Unsere Waffe ist im Safe der Waffenkammer. Einen halben Kilometer voraus. Nahkampf, wie Sie ihr prüfen. Ob Sie die Explosion gehört haben? Nehmen wir es an. Dann halten wir Sie ordentlich willkommen. Unser Waffen ist erkannt. Willkommen im Europa-Labor. Was ist ein Waffenkammer? Antischwerkraftgranate. Verstanden. Ist da wer? Die sind ausgeschaltet. Brücke vor. Reeper sind im Labor. Gehen zur Waffenkammer. Bestätigt. Achtung, die SDF ist fast drin. Operation RIA darf nicht gelingen. Wenn die Waffe sichergestellt ist, kann ich die Selbstzerstörung aktivieren. Verstanden. Das Forschungslabor. Kontakt! Feinde im Einsatzgebiet! Feuer eröffnen! Registriere Aktivitäten! Kontakt! Na los, Vorrücken! Ziele auf 11 Uhr! Alles klar! Ausreiten! Aufpassen! In Bewegung bleiben. Wachsam bleiben. Da kommen noch welche. Macht sie fertig! Ziele erledigt! Sichern Sie die Waffe, bevor die SDF sie erreicht. Verstanden. Sind auf dem Weg. Die Waffe ist auf der anderen Seite. Wir sind ihnen zuvor gekommen. Zeibs, aufmachen! Alles gesichert! Jackpot! Ich sehe den Safe! Reaper, wir sind in der Waffenkammer. Versuchen, die Waffe zu sichern. Verstanden, 1-1. Die Waffe ist im Safe. Sobald sie sicher ist, aktiviere ich die Selbstzerstörung. Es war Prototyp. Hochfahren, wir werden das Ding brauchen. Ihr Bus, kompaktes Modell. Selbe Technik. Das war das Ziel von Operation RIA? Reaper, Waffe sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl. Roger, leite Selbstzerstörungssequenz ein. Vorsicht, es sind mehr als 50 Infanteristen und Maschinen der SDF unterwegs. Sie müssen da sofort weg. Verstanden. Sind auf dem Weg. Treffen in 5. Die Uhr tickt. Na los! Achtung! Selbstzerstörung aktiv. Sämtliches Personal hat das Gebiet, um ihn zu verlassen. Feuer! Achtung! Selbstzerstörung aktiv. Sämtliches Personal hat das Gebiet, um ihn zu verlassen. Oh Scheiße! Die 12! Zeit! Los! Wir müssen F-Spa aktivieren! Wir müssen F-Spa aktivieren! Dies ist kein Übung! Der Autorlegung war zu gegeben! F-Spa aktivieren! F-Spa aktivieren! Gefahren! F-Spa aktiviert! F-Spa aktivieren! F-Spa aktivieren! F-Spa aktivieren! F-Spa aktivieren! F-Spa aktivieren! F-Spa aktivieren! Eins lassen! Dies ist kein Übung! Sofort wenig zu uns! Valation Ria? Reaper! Waffe sicher! Bestätige Selbstzerstörungsbefehl! Roger! Leite Selbstzerstörungssequenz ein! Vorsicht! Es sind mehr als 50 Infanteristen und Maschinen der SDF unterwegs! Sie müssen da sofort weg! Verstanden! Sind auf dem Weg! Treffen in fünf! Die Uhr tickt! Na los! Achtung! Selbstzerstörung aktiv! Sämtliches Arsenal hat das Gebiet umgehebend zu flassen. Feuer! Achtung! Die DAS-2-Grußung von den Mineral-Sicherheitsbrechern zu erreichen. Ziele! 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 Scheiße! Ziele! Ziele! Los! F-Spar aktivieren! Das nicht bereit! Wir müssen uns auch gleich mit zu erledigen! Ich bin in der Luft! Wir haben das Feuer! F-Spar aktiviert! Wir haben das Feuer! Wir haben das Feuer! Die Feuer! Macht das Feuer! Wir müssen es ihr habt! Achtung! F-Spar aktiviert! Sofort die Handler geklaufen! F-Spar aktiviert! Die DAS-2-Grußung! Sie ist nicht! % Achtung! Selbstzusteuung tief! Reeper! Reeper! Achtung! Selbstverstrung! Aktiviert! Seifler! Reeper! Reeper! Selbstverstrung ist diese Waffe! Reeper! Erledigen Sie mit dem S-Bar! Den S-Bar benutzen oder wir sind erledigt! Reeper! Seifler! Den S-Bar benutzen oder wir sind erledigt! Reeper! Erledigen Sie mit dem S-Bar! Reeper! Tief! Schau! Leider schweren Beschuss! Auf dem Teufel sind sie! Reaper! Reaper! Seidens ruhig diese Waffe! Erledige sie mit dem S-Bahn! Na! Tief! スター 1! Die Bewegung beschöss! Auf der Waffe sind sie! Reaper! Reaper! Seidens ruhig diese Waffe! Enfakidiert! Erledigen Sie mit den N-Zwar! Den N-Zwar benutzen oder wir sind erledigt! Verschalten! Wir brauchen Luft! Ich komme! Mach die Beine mit ihm! Er braucht Luft! Ruhig atmen, Soldat! Er ist nun im Kutsch! Waffe zerstört! Daten geboren! Ringer wird eingeleitet! Wie viele waren noch bei Ihnen? Nur wir! Was ist mit dem abgeschossenen Schiff? Meine Männer brauchen Hilfe! Sie sorgen sich um ihre Männer! Es vernebelt den Verstand! Genau deshalb werden Sie nicht gewinnen! Dieser Ort... ...gehört Ihnen nicht mehr! Tötet sich! Sparen Sie sich die Kugel! Was ist Ria? Unbekannt! Die Kamera sendet nicht mehr! Seit 18 Stunden! Kein Kontakt! Keine Forderungen der SDF! Die SDF stellt niemals Forderungen! Sie haben ein Zeichen für uns gesetzt! Drei Männer sind tot und ein Pilot wurde abgeschossen! Unser Team sollte geheime Waffen aus einer geschlossenen Anlage sichern! Der Ort ist eine Blackside, Admiral! Warum zur Hölle darf die SDF im Luftraum sein? Laut den Abkommen haben alle Nationen die Möglichkeit ein und... Sir! Das Ziel erforderte ein komplettes Team! Nicht nur vier Mann! Lieutenant Reyes! Ich empfehle Ihnen in diesem Büro diplomatisch und... ...taktvoller zu sein! Ja, Sir! Wer weiß noch davon? Momentan? Das strategische Luftkommando und Sie! Das ist ein bewusster Akt der Aggression, Admiral! Wir sollten da draußen patrouillieren, statt hier mit Konfetti zu schmeißen! Die Kampfeinsatzregeln untersagen definitiv Verhandlungen unter diesen Umständen! Also stellen wir uns an den Straßenrand und bestaunen die Parade der Flotte? Lieutenant Reyes, damit das klar ist... Meine Instinkte, übrigens genau wie die Ihren, sagen mir untrüglich, dass wir eingreifen müssen! Wieso nicht, Sir? Das sind Politiker, Reyes. Die tanzen immer unter der Flagge, die die Schlote weiter rauchen lässt. Der Gedanke an eine Offensive lässt Männern wie denen die Prostata platzen. Bis Krieg herrscht, haben Krieger nichts zu sagen. Aber Sir, wenn Krieg herrscht, ist es zu spät. Zögern heißt ein Loch im Schädel, das haben Sie uns in der Akademie eingebläut. Identifiziert das Problem, reagiert. Sie haben immer schnell gelernt. Stratkom weiß um unsere Bedenken. Derzeit wird der Einsatz von Gewalt nicht als Option in Betracht gezogen. Das sind die Gesetze des Krieges. Das sind die Gesetze des Krieges. Danke für das Briefing, Sir. Admiral Raines, E3N wartet auf dem Dach. Danke, Patty Officer. Was ist E3N? Sehen Sie es sich selbst an. Ich denke, Sie werden beeindruckt sein. Wegtreten. Wie viele? Vier. Alle tot. Europa? Die Front war schon da. Haben alle erledigt. Und den Ort geplündert. Scheiße auch. Diese scheiß Flottenwoche. Wir sollten in unseren Jackals fliegen. Sieht der Admiral auch so. Und Captain Alder? Negativ. Heute ist die Retribution kein Kriegsschiff, sondern ein Paradewagen. Die ganze Flotte hier in Genf? Das ist nicht gut. Wir machen das jedes Jahr, Salt. Gut. Verpassen wir nicht die Party. Nach Ihnen, Lieutenant. Danke, Held. Komm schon, wir nehmen die hübsche Route. Auf der Liste will man nicht stehen. Friede den Gefallenen. Willkommen zur Flottenwoche. Da ist sie. Die Retribution. Home sweet home. Du warst nur einen Tag hier unten, Salt. Ich bevorzuge die schwarze Weite. Geht mir auch so. Raines hat was von einem E3N erzählt. Schon mal gehört? Negativ. Rainman hat eine Menge Tricks in seinem Vier-Sterne-Ärmel. Er fliegt mit uns zur Feier. Pass auf, dass du ihn nicht so nennst. Würde ich niemals. Wir müssen durch. Der Dienst hat seine Vorzüge. Unser Flugzeug wartet. Die Menge liebt diesen Scheiß. Ist alles PR-Race. Das ist Propaganda-Assault. Wir haben vier Männer verloren und schmeißen eine Party. Wir können nichts tun. Schieben wir es nicht weiter vor uns her. Du gibst mir Befehle? Wir haben den gleichen Rang. Schade. Lieutenant Reyes. Was zur Hölle ist das? Das wäre dann wohl E3N. Jawohl, Sir. Petty Officer First Class E3N. Erweiterter taktischer Humanoid 3.0. Leicht zu merken. Ja, ich weiß. Nennen sie mich Ethan. Deine Befehle? Ich bin Captain Alder auf der Retribution zugeteilt. Programmiert für den Kampf? Voll und ganz, Ma'am. Geborener Killer. Du siehst aus, als hättest du ganz schön was drauf. Ach, sie machen mich ja ganz verlegen, Sir. Zur Seite, Ethan. Dieser alte Bock hat noch klettert. Willkommen an Bord, Admiral. Nun, da wir uns jetzt alle kennen, können wir starten. Jawohl, Admiral. Sechs an Raven Crowns sind in der Luft. Bestanden. Sechs Crowns bereiten Sie zu Vengeance. Bestätigt. Raven Sechs an Vengeance. Der Admiral ist an Bord. Wir kommen. Bestätigt, Sechs. Vengeance erwartet Ihre Ankunft. Sie haben das Ethan-Projekt gut geheim gehalten, Admiral. Oh, da wusste davon. Das neueste Modell. Recht beeindruckend. Wir stellen ihn heute feierlich vor. Ich habe etwas Lampenfieber, Sir. Du hast Gefühle, Ethan? Hab ich, Lieutenant. Hab ich. In mir steckt das Gehirn eines Farmers. Heilige Scheiße. Im Ernst? Nein, Ma'am. Natürlich nicht. Ha, ha, ha. Erwischt, Lieutenant. Quatsch. Die Artists-Geschütze machen heute Überstunden. Was, Admiral? Jede Menge Luftverkehr. Immer wachsam, Lieutenant. Bist du vertraut mit dem Luftabfangsystem, Ethan? Der eiserne Schild der Erde. Vier Feuerkraft. Vengeance, Seer Raven, Sechs. Sind im Landeanschlug. Verstanden, Sechs. Die Vengeance erwartet Ihre Ankunft. Admiral, Sir. Was ist denn hier drin? Die Artists-Geschütze. Sie visieren unsere Flotte an. Beschuss, Beschuss! Wir sind aufgetroffen! Ich übernehme! Hochschien, Hochschien! Fehlt Licht! Ich hab keine Kontrolle! SDF, der Störtermachstum! Alle Stationen! Schüsse im Artists-Kontrollturm. Wir holen Schüsse im Turm. Dies ist keine Übung. Alle verfügbaren Einheiten sofort ein Sechschen. Achtung, Aufschlag! Festzeichen! Achtung, Aufschlag! Festzeichen! Sir? Reyes! Nick! Mir geht's gut. Die Störtermachstum! Wir freuen auf Zivilisten! Hier! Nimm das! Los! Hoch! Sie müssen weg! Sir! Sie feuern auf unschuldige Leute! Lern die DAS! Sie sind zuvor! Die DAS! Alles zu kurz! Fein! Die SDF nutzt unsere Artists-Geschütze! Wir müssen zum Turm, um die Beschütze wieder zu übernehmen. Zehn Meter, brauche Deckung! Hey, sind auf dem Weg! Ein Uhr! Ausräuchern! Feindkontakt! Über diesen Kisten! Elf Uhr! Steeren! Steeren! Ja, komm! Ein Uhr! Ausräuchern! Feindliche Soldaten! Zwölf Uhr! Feindliche Scharfschütze ausgeschaltet! Feindliche Scharfschütze ausgeschaltet! Läufer! Ausgeschaltet! Feindbewegung! Feindes! Direkt auf! Kontakt! Im Westen! Gehen in den ersten Stock! Verstanden! Gebe Deckung! Ich hab sie! Gebe Deckung! Sicher! Alles sicher! Lassen Sie die Jäger, Lieutenants! Alles Gas! Hier 1-1! Hören Sie mich! Die Verbindung ist tot! Die SDF bricht zum Turm durch! Nein! Sie wird den Truppen haben! Wir müssen Artis wieder unter Kontrolle bringen! Das hat Priorität! Die Waffen bringen's nicht! Wir brauchen Personenabwehrwaffen! Hier! Ich hab Granaten vom Transporter! Gut gemacht! Hier! Wir wollen auf Zivilisten! Für die 40 Meter! Alles klar! Feindbewegung! Leibung! Auf der offenen Fläche! Hey, ich brauche Deckung! Überall sind Zivilisten. Vorsichtig schießen! Es zieht auf Zivilisten! Auf den Schützen! Versur! Sie bekommen Verstärkung! Macht sie fertig! Ich werde dich töten! 50 Meter! Meine Koron! Versteh dich! Hey, wo schießt du denn? Wurzeln! 30 Meter! Hey, ich brauche Deckung! Warte! Sie entkommen! Auf sieh! Erweine Kanate! Hey, woher? Feuer! Feuer! Ich bin leer geschossen! Einwoher! Ziel bei den Barrikaden gesichtet! Bitte tun Sie das nicht! Der Feind bekommt Verstärkung! Feuer! Wir sollten schon näher am Turm sein! Überall sind Zivilisten! Vorsichtig schießen! Warum schießen Sie auf Zivilisten? Ich weiß es nicht, Ethan! Unsere Artis-Geschütze feuern noch auf die Flotte! Endurance ist getroffen! Vorsicht! Mach weg! Mach weg! Wie ist unser Kurs! Die Straße hoch! Feuer frei! Feuer frei! Kontakt! Läufer! Treppe! Hier lang! Feuer! 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 Zweite Steine! Zweite Steine! Was ist unsere Kursung? Und trefft uns von hinten an! Mehr Hitze! Ja, ich habe es! Wir wollen unabhängig. Das ist so! Okay, genau! Feuer! 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 Easy! Hier! So! Die Schütze! Feuer! Wo ist der Schütze? Ich bin zu einem Kurs! Geht sie jetzt! Oh, der Schütze! Ich habe das hoch! Zweite zu Ziele! Zweite ist nicht! Kontakt! Erster Stock! Los, Leute! Zweite! Zehn Meter auf! Zeit, Kontakt! Zwei Uhr! Zwei Uhr! Halt auf! Auf der Fläche! Mach mich auf den Weg! Geht nicht! Ja, ich hab sie! Schaufschütze, auf die Seite! Geht nicht! Kontakt! Kontakt! Schaufschütze! 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 Mehrere Kontakte! Schaufschütze! Granate geworfen! Kein Kontakt! Erster Stock! Zweite Uhr! Schaufschütze! Hey, lau den Deck auf! Okay! Zweite Uhr! Zweite, Zweite Uhr! Schaufschütze! Schaufschütze! Erster Stock! Schaufschütze! Elf Uhr! Sieht nicht in Grund! Ja, ich hab Feinde! Sackgasse, Ethan! Ich bring' uns über die Mauer, Sir! Hier lang, Lieutenant! Achso! Zeiss nie! Das ist die Nova! Scheiße! Entdeckung! Gruppieren! Zusammenbleiben! Nein, Sir. Zivilisten, voraus. Nicht schießen. Alles okay, Sir? Bringen Sie sich in Sicherheit. Runter von der Straße! Nach drinnen! Links die Treppe hoch! Hört ihr das? Da kommt was! Weg! Los, weg hier! Komm her! Vorsicht! Los, weg hier! Los, weg hier! Funk immer noch tot, Sir! Artist Schwung voraus! Wir kommen näher! Mehrere von Zehn, Sext vom Vorsicht! Unterbeschuss nehmen! Granaten gegen die Bots einsetzen! Vorsicht! Granate geworfen! Kontakt! Landekapsel! Sie ziehen sich zurück! Leer geschossen! Los, los! 11 Uhr! 1 Uhr! Best Buy! Wir kommen! Sie ziehen sich zurück! Auf Cuidem! 10 Uhr! 2 Uhr! Feuertfeuer! 1 Uhr! Ziele, nahe der Landekarpte! Schreifer! Verstanden? Sorte, raus hier! Roger, hier lang! Abweide, die mines"! Aufweide! 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 Aufweide, hochreide! Aufweide, hochreide! Verstanden! Ja. Unter! 3 Uhr! Sander, zerstört das Gewalt! 4 Uhr! 0! 1! 1! 1! 1! 1! Fassel! 1! 1! Die Strecke sind in der Mitte der Strecke. Was ist das? Erster Stopp! Linke Seite! Freunde, direkt voraus! Aufpassen! Die 1. Rf versucht schon seit Jahren alles zu übernehmen, Ethan. Sie wussten, dass unsere ganze Flotte hier ist. Da drin bewegt sich was. Raze, die Tür aufmachen. Ich geh hinter dir rein. Kehrt du erst. Sieh ein! Sieh ein! Unterschütze! Ein Ohr! Scharfschütze ausgeschaltet! Vorrücken und los! Vorsicht! Es geht hin! Ja, kommt hier! Halt! Ich muss das hier! Verstand! Läufer! Los, raus hier! Was? Zahn, hier! Was ist das? Pack-Modul! Kann die Bordsicht übernehmen! Okay, bin drin! Jetzt den Bot eingreifen lassen! Schnell, Lieutenant! Sieh, erpasst! Suche Arbeit, Lieutenant! Ein gutes Stück Technik! Aye, Sir! Alle Stationen! Marines festgenagelt! Goldteams kommen nicht weiter! Brauchen Unterstützungsfeuer! Eclipse, hier Admiral Rees. Bitte kommen! Hören Sie, Admiral! Fahren Sie fort! Das Luftschiff soll beim Turm das Feuer ablenken und den Boden sichern! Verstand, Sir! Schon unterwegs! Sattelgruppen! Blau, blau! Verbündete! Feuer einstellen! Lieutenant Reyes, Ihre Jackals sollen Feuerunterstützung geben! Bestätigt, Sir! Sanitäter! Retribution, hier 1-1! Retribution hört 1-1! Gator, brauche SCAR-3 zur Abregelung in der Luft! Feuerbefehl abwarten! Verstanden, Lieutenant! Eine Minute zum Ziel! Admiral Reins an Gold! Luftunterstützung unterwegs! Sobald Sie angreifen, holen wir uns den Hügel! Verstanden, Admiral! Gold sind bereit! Hecker! Hecker! Eklips, Feuer freigegeben! Los zum Turm! Los, los, los! Los, weiter! Los, weiter! Vorsicht! Vorsicht! 3-2-1! Warte auf Ihr Zeichen! Los! Stopp! Los, los, los! Los, weiter! Voll! Vorsicht! 4-3-1! Warte auf Ihr Zeichen! Herr, bitte! Feuerfreigabe! Ziel markiert! Verstanden! Ziel erfasst, Waffen bereit! Feuer! Feuer! Komme nicht weiter! Lute Treffer, 3-1! Verstanden! Schüttel sie ab und verschwinde! Komme da! Verstanden, wir wollen uns auf den Kursen mit der Fäckung zurücklegen! 4-1! Leckung! Leckung! Alle klar! Wir haben unsere Position im Hintergrund! Was hier in der Linke bleiben! Verständlich! 3-1 wartet auf Befehle. Hier ist 3-1. Wart auf ihr Zeichen. Fäckten sie an den Wagen, damit er explodiert! Die beiden Vorgaben! Fäckten sie an und behaupten! Fäckten sie an den Wagen, damit er nicht mehr verlor. Wir werden uns auf die Linke bleiben! Fäck'n Fäckten sie an den Wagen, damit er nicht mehr verlor. Kurze Treffer, 3-1! Verständlich! Schüttel sie ab und verschwinde! Schüttel! Abziele, W theorste! Los geht es, nicht mehr ¡no! Schließt nur hin! Prostung! 經ikt! Wation! Okay, ich feck mich rein! Wir wollen uns von hinten anscheinend! 3-1 in Position, Fabian! 2-4! Sehr gut, Sir! Ziel zerstört! Oh ja! Wer ist hin? Na los! Der Turm ist oben auf dem Hügel! 3-1, Ziel markiert! Verstanden! Warte auf Feuerbefehl! 2-2-4 auf die linke Flanke! 2-6 nach rechts! Feuer, Feuer, Feuer! Gute Treffer! 3-1! Verstanden! Feuer einstellen! Goldteam! Bericht! 2-6 auf Position! Rückseite! 4-6 sind in Position! Okay, greifen wir an! 10 Meter! Ich hecke sie! Ich hecke sie! 3-1 wartet auf Befehl! Ich hecke sie! Ich hecke sie! 2-4 auf Position! Linke Seite! 4-2-6 sind in Position! Okay, greifen wir an! Hecke! Hecke sie! 9-9! Halt auf himmel! 10 Meter! 10 Meter! 10 Meter! 10 Meter! Die Treffer! 3-1! Verstanden! Feuer einstellen! 2-2 auf Position! Linke Seite! 2-6! Sie sind in Position! Ok, greifen wir an! Sie versuchten uns zu flankieren. 3-1 wartet auf. Sie flankieren uns. Leer geschossen. 3-1 in Position für Angriff. Herr, bitte, Feuerfreigabe! Ziel markiert! Verstanden. Ziel erfasst, Waffen bereit. Feuer! Feuer! Gute Treffer, 3-1. Verstanden. Schüttle sie ab und verschwinde. Vorrät schuld los! Gebt mir jemanden zurück! Geht mir Deckung! Hier ist 3-1. Granate! Bewegung! Geht mir Deckung! Kontakt, 11 Uhr! Ziel auf, 11 Uhr! 3-1, bereit für erneuten Angriff. Kontakt, Platz! Skar 1, da ist zu viel los. Sie müssen das Ziel markieren. Sie gehen von aus! Sicher! Alles sicher! Sir, da drin sind SDF-Leute verschanzt. Verstanden. Bereich sichern. Skars gehen rein. Ethan, in Artis Sicherheit hacken. Ich will in den Raum sehen. Ja, Sir. Streame jetzt auf Ihre Hust. Zehn Schiffe übrig. Die UNSA-Flotte ist erledigt. Artis, System-Zerstörung wird eingereifelt. Alles in der Trennung. Wir müssen jetzt los! Wir müssen da rein, Lieutenant. Ethan, los! So, das Terminal! Bingo, alle Stationen! Wiederhole! Bingo! Den Bord ablösen! Gefangene den Gefahrs annehmen! Handy Officer, bringen Sie Artis online. Das sind noch feindliche Schiffe im Luftraum. Wird gemacht, Admiral. Sato-Truppen richten eine Operationsbasis ein. Gut. Sehen wir uns den Mistkabel an. Er muss verarztet werden. Ich muss gar nichts. Er hat einen Angestellten-ID. Das ist er. Michael Aaron Page, Maschinentechniker im Dienst seit zwei Jahren. SDF-Schläferzelle. Das ist nicht mein Name. Das ist der Name eines Erdennarren. Wie lautet Ihr Name? Kommander Akel Minriah von der Siedlungsdefensivfront. Wir machen Sie Meldung. Sie begannen einen Krieg. Und ich werde ihn beenden. Artis-Geschütze erfassen. Jeden Moment feindliche Ziele, Admiral. Danke, Ethan. Gut gemacht. Sie zögern es nur hinaus. Rasch mit ihm. Mars in Eterno. Standhalten, Marines! Gib mir fünf Minuten mit diesem Bastard. Salt. So viele unschuldige Reyes. Dann lass uns für sie kämpfen. Okay. Start bereit, Sir. Na los! Alle Stationen, hier ist K-1-1. Artis ist wieder unter unserer Kontrolle. Ich wiederhole, wir haben die Kontrolle über Artis. Die Front zieht sich zurück. Radar an Brücke. Lieutenant Sorter und ich brauchen Vögel. Das ist unser Schlitten, Nathan. Ja, Sir. Gib Schub, Fieber. Mach ich. Sieh nur, was Sie getan haben, Reyes. Holen wir sie uns, Salt. An alle verfügbaren Flieger. Die Retribution nimmt die Verfolgung auf, aber wir verlieren an Boden. Müssen die Atmosphäre jetzt verlassen. 1-2 bestätigt. Holen wir sie uns. Hier ist die Eclipse. Sind Steuer... Skars, einreihen. Wir gehen rauf. Winkel für Horizontalschub. Volle Kraft. Guten Flug. 1-1, guter Schub. 1-2, guter Schub. Nominaler Anstieg. Durchbrechen 50.000. Anziehung akzeptabel. Bereit halten für Korrektur. Vektor 10 Stunden, 16 Minuten. Feuer frei. Feuer frei. Siehst du das auch, Reyes? Positiv. Wir kriegen Besuch. Nichts wie rein da. Verstanden. Alles Gas. Die nächsten Zerstörer angreifen. Rakete in Herzen. Beschuss. Gegenmaßnahmen eingeleitet. Die Staaten Skälter. Schnappt ihr diese Typen. Schnappt ihr diese Typen. Mach sie fertig. Ziel Backbord. Meiner ist an General. Ich brauche Hilfe. Nach rechts abdrehen. Breit 1-1. Guter Treffer des Ziels. Feind ihr Schiff erledigt. Feindliche Erfassung. Schnappt ihr Schiff erledigt. Erschlägt Haken. Erschlägt Haken. Das hat wir jetzt. Ja. Ziele Backbord. Feindliche Erfassung. Erschlägt Haken. Die Schiff erledigt. Die Schiff der Ratur bleibt. Zutat Treffer des Ziels. Sir, ein SDF-Schiff ist noch aktiv im Einsatzgebiet. Sato, direkter Beschuss auf den feindlichen Zerstörer. Steht sich. Griffe an. Die Kanonen benutzen, Reyes. Luftverteidigung. Ausschalten. Verstanden. Luftverteidigung ist offline. Schiff. Dranbleiben! Beides Schiff. Brands, du zuerst 접 roots. Sie geht hoch! Flaming wird der Hinweis. Haken beendet! Täuschkörper abgeworfen! Einer weniger! Haha! Verdammt! Ziel erledigt! Gut geschossen! Geschwader! Hier ist SCAR 1-1! Zur Retribution zurückkehren! Es geht zurück zur Basis! Bestätigt! 3-4 zurück zur Basis! Habe Sichtkontakt mit der Retribution! 3-6 zurück zur Basis! Wir sollten zurück zum Schiff, Lieutenant! Wir tanken auf und schnappen uns diese Typen! Alle Stationen! Luftüberwachung auf gut! Nahbereichsverteidigung zurück auf Suchmuster! Klären wir zur Ret zurück! Ich habe hier ein paar anormale Werte! Ich auch! Kontrolliere statischen Druck! Wir müssen nachdenken! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Verstanden!